Hallo liebe Fitnessfreunde, Trizeps ist dran und ich möchte euch hier mit Hilfe von Mr. Bob und ein paar einfachen Gummibändern, ein paar kleine Varianten zeigen, die ich persönlich sehr sehr gerne mag. Also erste Bewegung ist, ich habe hier auch mehrere Bänder gleich zusammen, damit der Widerstand auch stimmt, richtig schön nach hinten zu ziehen, der Körper, also der Oberarm ist hinter dem Körper. Und was ich liebe, sind ja diese vielen kleinen Varianten, dass ich mich dann einfach hinhocke und dann schön eng vorne ganz nach unten ziehe und habe unten den größten Druck auf der Muskulatur, den P-Contraction, also voller Anspannung. Die Muskeln lieben das und das macht auch Spaß, das fühlt sich gut an. Aber was ich auch machen kann, ich packe etwas kürzer, beuge mich noch weiter nach vorne, der Unterarm ist ganz nah am Oberarm dran und jetzt mache ich nur die erste Bewegung. Und das ist so schwer, kann ich gar nicht ganz bis nach unten drücken, aber ich trainiere den Ansatz und das finde ich auch richtig gut. Und wenn ich die nicht mehr kann, dann beuge ich einfach wieder ein bisschen lockerer, mache unten den Druck und wenn ich die nicht mehr kann, dann ziehe ich nach hinten weg. Dann gehen auch noch mal ein paar. Das empfehle ich euch mal auszuprobieren. Habt Spaß, probiert einfach mit den Bändern verschiedene Varianten aus und spürt die Muskeln. Boing!